Hier ist wieder eure Rita, die 08er-Truppe. Das sind ein paar echt coole Bauern hier in Baden-Württemberg. Die lassen sich immer was für uns Chicks einfallen. Das beste Projekt ist die Huhn-und-Hahn-Initiative. Wisst ihr warum? Bei der Huhn-und-Hahn-Initiative werden in der Legehennenhaltung auch männliche Küken großgezogen. Das ist etwas ganz Besonderes, denn die männlichen Küken werden normalerweise direkt nach dem Schlüpfen getötet. Stellt euch vor, alleine in Deutschland jedes Jahr bis zu 45 Millionen getötete Küken. Ich erkläre euch, wie es dazu kam. In der Nachkriegszeit sollten ganz schnell möglichst viele und vor allem günstige Lebensmittel produziert werden, damit sich endlich wieder alle satt essen konnten. Das wurde mit zwei unterschiedlichen Hühnerrassen erreicht. Legehennen, die besonders viele Eier legen, und Masthühner, die schnell wachsen und viel Fleisch ansetzen. Ein Hahn aus der Legehennenhaltung braucht einfach viel mehr Zeit, um zu einem guten und schmackhaften Hähnchen heranzuwachsen. Das soll sich jetzt ändern. Und ich erkläre euch, wie. Die Bauern der Huhn- und Hahn-Initiative ziehen bewusst immer mehr Hähne aus der Legehennenhaltung groß. Wir Legehennen unterstützen das mit unseren Eiern. Damit kostet jedes Ei nur ein paar Cent mehr. Und das schmackhafte Fleisch der Hähne gibt es in leckeren Maultaschen und Wurstprodukten. Die Produkte sind ganz einfach durch das Siegel der Huhn- und Hahn-Initiative und den roten Streifen zu erkennen. Die Produkte sind ganz einfach durch das Siegel der Hähne.